Heute gibt es Spaghetti Bolognese in der Kantine und ich habe folgende News für euch. Nintendo kündigt die Comic-App InkiPen für die Switch an. Dabei handelt es sich um ein monatliches Abonnement für Comic-Leser, das im November 2018 erscheinen soll. Das Ganze soll gegen eine monatliche Gebühr exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen und im Trailer werden bis zu 1000 Comics versprochen, auf die man dann monatlich Zugriff hat. Dann haben wir zwei Neuigkeiten von From Software. Die haben nämlich 5 Minuten Spielszenen aus ihrem Spiel Sekiro Shadows Die Twice, das nächstes Jahr erscheint, gezeigt. Und da sieht man unter anderem die Fortbewegung via Greifhaken, diverse Kämpfe gegen Monster und auch Samurai und auch eine sehr coole Stealth-Passage, wo der Protagonist eine Oma angreift. Dann wurde außerdem die Dark Souls Trilogy angekündigt. Die soll am 19. Oktober momentan nur in Amerika erscheinen. Bleibt zu hoffen, dass das Ganze auch in Europa erhältlich sein wird. Die enthält zum Preis von 80 Dollar Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 und Dark Souls 3. Falls ihr heute noch spontan auf die Gamescom kommen wollt, so sah der Eingang übrigens gestern aus. Sind leider alle Tickets für heute restlos ausverkauft und auch die Tickets für Freitag und Samstag sind schon seit Längerem ausverkauft. Guckt doch lieber die tollen Videoreportagen von EIKE. Da kriegt ihr sehr viel von der Messe mit, vor allem auch Behind-Closed-Doors-Termine, sehr viele Spiele und so weiter. Ist vielleicht bei diesen Temperaturen eine ganz gute Alternative. Dann habe ich noch zwei kurze News für euch. Und zwar hat Ubisoft angekündigt, dass Assassin's Creed 2019 eine Pause machen will. Nächstes Jahr soll es dann also erstmal kein neues Spiel mehr geben. Und für alle Fans von Hollow Knight, heute um 19 Uhr deutscher Zeit, erscheint der kostenlose DLC Godmaster. Falls ihr mit dem DLC-Namen jetzt gerade nichts anfangen könnt, der hieß ursprünglich Gods and Glory. Weil es aber auch ein Mobile-Game gibt, was so heißt, haben die Entwickler von Team Cherry das Ganze umgenannt. Ansonsten findet ihr auf 4players.de zum Beispiel gerade eine Vorschau zur Neuauflage von Die Siedler und eine weitere Vorschau zur ersten Folge der Dark Pictures Anthology von Supermassive Games. Wir sehen uns morgen. Ciao! Vielen Dank!